Na toll, voll den Reifen getroffen, sie hat es hingefetzt, SWAT Team ist da, jetzt kann nur noch einer helfen, Aiden, oder? Gruppe 3, in Position, Sie sind unstellt, ergeben Sie sich, dann wird niemandem etwas passieren, Sie wollen ergeben, dann soll sie ihn kriegen, Zeig was du kannst, Aiden, oh yeah So, erstmal den hier ausschalten Oh, ja, ok, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber, warte mal, wo ist der Heli? Da ist der Heli Ah, ok, kann ich nicht ausschalten Und, zack Warte mal, kann ich nicht das Auto schubsen? Nee, schade Nee, das will er, ey, nein, warum soll, muss er den ab Es wird nicht losgekommen, Sie müssen sich aufhalten Oh, ja, genau, ja, genau, ja, genau, ja, genau, ich muss den aufhalten Das ist ein Dach, das ist ein Dach, es ist ein Dach, es ist sie ein Dach Und, ich würde euch nicht einschalten, ihr Eichelst So, der wär auch weg. Hallo. Ja, ist klar, aus der Entfernung, ey. Naja. Warum muss ich die töten? Kann ich die nicht einfach nur bewusstlos machen? Ich darf mich verpissen. Welche Tür? Ja, richtig. Mach die verdammte Tür auf! Hast du das gesehen? Wir brauchen Verstärkung! So, und den Typen noch? Und zack, ist er weg vom Fenster. Äh. So, jetzt sind alle weg vom Fenster. So wie's aussieht. Wenn das jetzt ein Shooter wäre, würde ich's verstehen, aber irgendwie, keine Ahnung. Man hätte die auch anders. Daran hindern können, ihr was zu tun. Und da ist der Chef. Sagen Sie ihnen, sie sollen mich gefälligst in Ruhe lassen. Denn das nächste Mal werde ich sie alle umbringen. Ich glaube, sie haben's kapiert. Na dann. Brauchen wir hoffentlich in Zukunft nicht mehr so heftig um uns schlagen. Sagen Sie lerne.